So, Salut zusammen, das ist ein schein Testvideo, weil jetzt habe ich die Kamera richtig eingestellt, jetzt soll es wirklich voll sein, voll HD, 60 Bilder pro Sekunde, oder 50, ich weiss jetzt auch nicht genau, mal schauen, wie es wird. Geben mir doch ein Feedback bitte, ob es besser ist für die anderen Videos, weil die anderen Videos haben irgendwie eine Kacke ausgesehen, müssen wir sie gleich neu machen.